Alles okay, Walker? Du bist so ruhig. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du uns deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Klingt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war wer weiß viel an hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der ihrer Einheit. Asian Dan, du CIA. Gut. Was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai, Herr Sander? Wir suchen nach Sibelius. Okay. Hey. Er sagt wohl die Wahrheit. Dann los. Das reicht, lieber. Ja, Sir. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. Eine Düne hoch. Wie schön. Jetzt wissen wir, dass ein Agent noch lebt. Sogar mehr als einer. Okay. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst, ein Köder? Wir beißen an. Das ist fair. Ein Köder. Ein Köder. Oh, dumm, dass das Spiel keine Kantenbild um den hat. Oh mein Gott. Sieht das geil aus. Das Signal kommt von da unten. Ganz unten. Die 33. wirft die Angel weit aus. Holen wir sie ein. Du weißt, das ist eine Falle. Ja, aber hier sind alle verrückt. Daniels ist vielleicht unsere einzige Hoffnung, was auszurichten. Ah, Elektroschmacht. Kommt, Milz. Kommt, Milz. Ah, das muss doch wehtun. Der hat doch nur so Halbhandschuhe an. Ah, also unrealistisch, ja? Komplett unrealistisch, was die hier hatten. Was haben wir? Jede Menge Munition. Hey, Bradley, ist du ein Kagami? Hier ist der Letzte. Das sind sie. Bedrohung, eliminiert! Feinden mit Schrotflinte unterwegs! Passt auf! Sind das zwei Schrotflinten gewesen? Nein. Egal. Warte mal, kann ich... Ah. Sie wird bewuscht! Feind rücken aus! Ohne Deckung! Feind rücken ohne Deckung! Er wäre ein Heldenspieler! Feind ausgeschaltet! Gegner! Stimmen die Treppe! Ah! Bluchgeschäft! Lade nach! Seid wachsam! Ah! Nicht weiter! Schrotflinte auf dem Feld! Bradley! 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 Im Erdgeschoss wimmelt das Volltank aus! Los! Der hat seinen Hut verloren! Wie geil! Komm raus! Das ist nicht gut! Wer vergaht? Warte! Feind ausgeschaltet! Ja! 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 Das war jetzt richtig Scheiße! Da habe ich überhaupt nicht nachgeguckt. Ich wollte mir einfach nur eine neue Waffe holen. Nein, nicht die AK, sondern die P-P, die hier lag. Da. Und was kann man damit machen? Gar nichts. Auf den Weg! Delta ist auf den Weg! Tango, neutralisiert! Vorsicht! Tango will vorrücken! Wow! Wir müssen in Deckung gehen! Schlimm fallen die Hüte vom Kopf, das ist geil. Tango erledigt! Weiter geht's. Sind alles okay aus. Ist dein Geländer! Scheiße. Ist vielleicht nicht alle okay. Wechsel Position! Da lebt er... Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! ... ... ... ... ... ... Die numero erledigt! ... ... ... ... Bewehrt sich! Einer ohne Settung, legt ihn auf! Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß nicht, aber irgendwer befiehlt das alles hier. Muss der Typ im Radio sein. Shit. Meinst du? Würde erklären, wieso Dubai total durchdreht? Bestimmt. Oh mein Gott, was ist das denn für ein dickes Ding? Okay. Was ist das denn? Okay, ne, das nehme ich lieber nicht mit. Ich nehme da lieber die OMP mit. Wo lag die? Ups, ein. Ja, wir müssen ja ganz nach unten. Viel Spaß. Einmal komplett durch das Herz von Dubai. Warte! Scharf schützen! Oh. Oh, 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 oh. Ein Präzisionsgewehr könnte nützlich sein. Ein Speergewehr, nettes Ding. Wir warten uns. Wenn wir jetzt drüber gehen, sind wir tot. Schiehst du da? Hab mal! Mehr Scharfschatzen, kommen übers Dach! Vorsicht, Kopf runter! Wir sind auf meiner Flanke! Da! Und bleib gegen! Zieh mit nervös! Fahr nicht weiter! Hatschützühe dich auf den Kerl beim Kram! Jetzt pass mal gut auf! Ziel ist tot! Feind ausgeschaltet! Ich denke, das waren alle. Weiter vorrücken, aber Vorsicht! Los, rüber da! Schnell und ducken! Scheiße! Da, ein Heli! Alles klar! Scheiß groß das Ding, was? Ja, und seine Freunde wissen genau, wo wir sind! Achtung! Wir kommen genau auf uns zu! Da kommen noch mehr auf uns zu! Vorsicht! Tango will vorrücken! Was mach ich jetzt? Tango ready! Sofort! Super! Aufpassen! Da kommt der Schrotflinte! Ich lade das! Viel an Boden! Verdammt, ich stehe da oben! Feind am Boden weiterfeuern! Wir müssen sie zurückdrängen! Da kommen wir aufpassen! Es geht um den Schrotflinte! Gebt den Schroppeler! Vorsicht! Tango will vorrücken! Vorsicht! Vorsicht! Tango will vorrücken! Granate! Raketenwerfer! Verhaut nicht! Überhaupt nicht! Schwenken! Der Schrotz ist guter! Hörst du der Hämst! Ich schuld! VHS! Ich schuld! Ich schuld! Rekete! Ich schuld! Ich schuld! Ich schuld! Ich schuld! Ich schuld! Ich schuld! Fängt euch neutralisiert! Vorsicht! Tango will vorrücken! Wir müssen in Deckung gehen! Komm raus! Da kommt noch mehr Verstärkung nach! Scheiße! Komm! Komm! Bleib liegen! Oh Scheiße! Helens ist getroffen! Er ist ungedeckt! Leg ihn um! Feind rückt vor! Mist belehrt! Schrotflinte auf dem Feld! Zurück 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 zurück! Sprechen! Schrotflinte auf dem Feld! Schrotflinte auf dem Feld! Statt, der kommt! Scheiße, die Kerle geben nicht nach! Oh, das war vielleicht schlecht. So. Weiter vor. Vorrücken, vorrücken. Vorrücken. Schön. Den kann ich jetzt nicht analysieren. Der ist hin! Waren das alle? Klar. Alles klar. Dann mal weiter. Hat die gerne ein Sturmgewehr benutzt? Das ist doch bescheuert. Mir leid, aber dann muss ich halt sowas nehmen. Das hätten eine P9 dabei gehabt. Schrotflinte. Schade. Nichts Schönes dabei. Warte nach. Ah, ein Raketenwerfer. Super. Kann ich jetzt nicht gebrauchen.